Ein neuer Kampf steht dann gegen Brawl19 oder Brawl19? Keine Ahnung, wie man es ausspricht, jedenfalls hat er nur einen Teamkameraden dabei, und zwar Sensei Gai. Okay, ich glaube, ich krieg's so richtig auf die Mütze, kann das sein? Ganz ehrlich Freunde, wie will man eigentlich hier kontern? Sobald ich ausweiche, steht er direkt vor mir, da kann ich nichts machen. Sobald ich ihn zuerst ablocken und dann angreifen, klappt das auch nicht. Ich brauche eine andere Strategie dafür. Hey, wie soll ich das machen? Ich kann auswarten, ich kann abblocken, bringt überhaupt nichts. Alles für die Cuts. Oder einfach abwarten, das kann es wohl auch nicht sein. Was kann Orchimau eigentlich in dieser Form? Ja, auch nicht viel. Wissen wir ja alle, wa? Er kann nichts. Er ist ein Loser. Und so geht's aus. Hm, recht hat er. Noch einmal? Aber diesmal versuche ich was anderes. Ich hab da ne Idee. Die können zwar rein theoretisch aufgehen, aber... Hm, mal schauen. Vorher ist er den Weg, was von unseres pursue. Ich hab da schon einen Fall beworben! Ja, ich hab da ja auch geblockt. Das wäre da ja auch wohl nicht. Ich bin auf der Bühne von dir. um das zu Hause zu haben. Ja, so geht's aber auch. Aber dass das funktioniert, wundere mich schon ein bisschen. Ah, direkt nach dem Ausweichen und Angreifen, das ist es. So funktioniert es. Hätte mir das mal früher jemand gesagt hätte. Schade. Schade, schade, und ich könnte es schon mehr blocken, weil ich es zu spät gemerkt habe, wie es funktioniert. Wieso ich allerdings führe, habe doch kein Schimmer. Ganz ehrlich, dass es mich unbegreiflich, wieso ich gerade führe, ausgerechnet ist. Meinerlei hätte ja auch klappen können, nicht wahr? Ja, ist lange ein Jutsu. Nein, dann ausweichen, ausweichen, alter Schwede. War das knapp? Ich habe doch gesagt, Autschen. Komm schon, komm schon, ich habe mich doch schon fast. Ups. Jetzt habe ich das, was ich denn fast habe, wa? Nein, er hat mich, er hat mich, ich habe zu wenig Zeit. Wow. Scheiße, aber war ganz knapp. Habt ihr gesehen? Na ja, dann sollte man mir die Items einsetzen. Aber das ist eben das Problem. Ja. Wenn man mit den Charakteren sonst nicht kämpft, haben wir doch keine Ahnung, was die vier Items drauf haben. Und während dem Kampf danach zu sehen, ja. Habt ihr gesehen? Dafür haben wir einfach die Zeit nicht. Auf alle Fälle ein super Kampf, muss ich schon mal sagen. Ja, jetzt hat er keinen Bock mehr, weil er nicht mehr überlegen ist, oder was? Nee. Wird wohl andere Gründe haben. Ring frei für einen neuen Kampf zwischen Michael The Sane und Deadly Gentleman. Und Michael hat wieder mal ein, äh, ja, sehr interessantes und vor allem auch fast ein bisschen nostalgisches Team zusammengestellt, wa? Ich mein, so Naruto im Zen-Modus, Conan und Pain. Das hat schon was für sich. So, Pain kennen wir ja alle. Was zeig mit dem aus? Autsch. So sieht's aus. Rasendrenge an, siehst du, kann ich auch. Autsch. Glockenzeig. OK! Eee, wieso bin ich jetzt ausgewichen? Wohin ca von vorwärts nicht durchwärts. Wohin lag vorwärts nicht durchwärts. Wohin! Was tut? Jetzt hat grad irgendwie das jetzt knackst. Also mit Naruto muss ich definitiv noch ein bisschen üben, aber Übung macht den meisten nicht, wahr? Hallo, Naruto? Naruto, was machst du da? Was sagt das für ein Buch? Hey, hilfst du mir mal kurz? Dankeschön, Payne. Scheiße. Was war das für eine Scheiße hier? Das war ein bisschen sehr knapp. Hallo, Alter, ich würde gerne mal, wenn ich darf, wenn ich darf. Natürlich darf ich nicht. Wir haben jetzt einen dämlichen Wurf. Hey, ich bin... Ich habe jetzt wie ein Beklopter auf L2 gedrückt, aber... Wie ich sowas hasse, hey. Ja, das ist ein tolles Team an der Menschheit. Hey, ich habe vier Balken, man. Tausch Jutsu voll! Und das stimmt durch eine Bindung Stufe 2. Ja, das legt mir nach dem Arsch, ey. Nein, nein, nein. Nicht legen wir den Schöppchen, nein. Direkt legt wir den Arsch. Gleich direkt ins Vollen. Na, ist ja super. Und zurück ist das Nostalgie-Team. Mit Naruto im Senne-Modus, Conan und Payne. Als Michael gegen XX-Adsorz 2100-XX. Das macht nach Conan für schöne Moves. Die Attacke ist aber auch jetzt schlecht, hey. Alter Schwede! Das macht nach Conan für schöne Moves. Die Attacke ist aber auch jetzt schlecht, hey. Alter Schwede! Bäm! Bäm! Sagen wir, Freunde, kann ja sein, dass der gleich einen Anfängerfehler macht wie ich früher. Damit beide Partner einsetzen und so. Wetter macht's vielleicht wieder. Tja, was hab ich gesagt. Kannst mir irgendwie gar keine Ruhe, was? Ja, ist ein bisschen fies... Okay, ähm, ich glaube ich habe gerade gegen einen totalen Anfänger gekämpft, kann das sein? Ähm, falls es so ist, sorry Alter, aber damit habe ich nicht gerechnet. Ich hatte gerade vorhin etwa fünf bis sechs sehr starke Gegner und, naja... Also natürlich mit Kombos und so und vor allem so äh... Teamworking schon ein bisschen anders vorbereitet, aber egal. Ähm, Rang B? Ich glaube das erste Mal, wa? Ich hoffe, er will nochmal. Ja, er will nochmal. Gut. Dann nimmt's mir nicht übel, dass ich ihn so verloschen habe. Doch gut, wer weiss, wer was er wirklich so von ihm erabsichtigt. Vielleicht will er mich er nur in die... Irren führen. In sich er wiegen. Und jetzt macht er mich so richtig platt. Naja, also normalerweise würde ich jetzt lachen, aber... Ja, bei dem Spiel... Da kann alles passieren, ey. Ähm, Conan ausgleichen, Peina bevor er in Blocken gemacht, wa? Ich will ihm zumindest die Chance geben, dass man gegen das gleiche Team zu... ...gewinnen. Genau. So, mal schauen, was er so machen... Naja, zur Analyse vielleicht noch. Ich habe, wie ich finde, fast Fehlerfrei gekämpft. Was man nächstes Mal ein bisschen besser machen könnte, ist natürlich der Erfolgungsangriff von... ...von mir selbst. Äh, Alter, du kämpfst mit meinem Main. Wieso kämpft der mit meinem Main? Willst du mich verarschen, oder was? Ja, wie gesagt, Erfolgungsangriff muss man ein bisschen üben. Und sonst war's nicht übel. Ja, ich hab geblockt. Mann, nein. Ich hab doch zwei. Ja, es ist nicht schlechte Verbindung. Aha. Trick 17, sagt man dir. Und tschüss. Ups. Nein! Und tschüss, Rasenrengan. Äh, wenn der den kleinen Kakashi eingesetzt hat, wenn ich mal fahren darf. Ist ein bisschen seltsam, wa? Hey, hallo! Ich war am Ausweichen! Mann, Alter! Toh, kein Chakra mehr. Der kleine Kakashi kommt weiter als der Große. Ich glaub's nicht. Das klappt echt jedes Mal. Schau mal. Schau mal, ne schöne Frau hab ich hier. Was war das gerade? Okay, es war irgendwie ich, aber ich hab keine Ahnung wie ich es gemacht habe. Äh, ja. Ausweichen. Auch mal was davon gehört. Mann, ne. So, jetzt reicht der Bar, was ich ertreibe, wa? Wie ich bereits sagte, es reicht, was ich ertreibe, wa? Ja, vor allem jetzt. Huh! Und was treibst du da, Alter? In Nagato, im Erwachtzustand, kämpfen aber ein bisschen anders. Was? Ups, da kann ich nicht mehr ausweichen. Hab ich gar nicht gesehen. Boah, er macht mich doch noch platt. Aua! Mann, das tut doch weh! So, jetzt kann ich auch wieder ausweichen. Hä? Was ist denn jetzt los? Hä? Hä? Hö? Äh, ja. Okay, ich könnte jetzt zwar sagen, dass sowohl R2 als auch die Taste L2 total den Geist abgegeben haben, aber natürlich wäre es mutig nur die reinste Ausrede für euch, oder? Hm. Ganz ehrlich, es war keine Ausrede, es war wirklich so, aber... Ja, aber ein bisschen seltsam. Na ja gut. Ich muss sagen, es muss ja zugehen. Ich hab ein bisschen unterschätzt, aber es passiert mir nicht nochmal. Jetzt zieh ich aber andere Seiten auf. Dat kannst du aber wissen, ey. Dat kannst du wissen. Ups, sorry. Ich hab den Ring an den Tisch gekommen mit dem Controller. Ja, ja, das gute Mikrofon zahlt leider alles auf. Manchmal auch ein bisschen zu genau. Und, und, Ring frei, für was auch immer. Ach du Scheiße. Okay, der Typ ist doch nicht so schlecht. Er weiß, wer mir packen kann. Nee, oder? Der Ring in Azos 2100 mit D-Dera. Ach du Scheiße. Okay, ich mach hier keine Menzien mehr. Ja, jetzt ist der Arsch. Ups, ich hab kein Chakra mehr. Äh, fast keins. Und, getroffen. Ich hab dich, ich hab dich. Jetzt machst du eigentlich das Buch. Da kann ich auch, siehst du. Ja. Also sind's echt noch getroffen? Hallo. Hier bin ich. Ups. Was? Nein, wieso, wieso, wieso? Es war so schön. Es war so schön mit dir. Na komm schon, ey. Seit wann Treffen? Normale Jutsus. Aber Ultimate Jutsus nicht mehr. Ein Ziel wäre vielleicht auch nicht schlecht, Alter. Ups. Muss ich gerade sagen, oder? Ja. Wer hat der Treffen nicht mehr? Ich wusste gar nichts. Das weisst du von der Entfernung her. Nein! Jetzt habe ich mich nicht getroffen. Äh, bitte. Bei Baum oder wie? Wieso auch nur? So, jetzt aber! Ist was los. Mal getroffen. Immer nicht getroffen. Hä? Ich bin! Ich bin! Ich bin! Ausgewichen! Ich schaff dir drei Anzeigen! Verarsch mich nicht das Spiel! Von der Darwinism klappt nicht! Zieht aber echt。 Echt zu viel ab. Aber ich drücke die ganze Zeit vielleicht nicht, aber ich habe die ganze Zeit bombardiert mit Angriffen. Hey kommt schon, ich greife die ganze Zeit an und kann trotzdem einen alten Idiot zu machen. Wenn ich das mache, natürlich nicht, weil ich dagegen angreife. Nein, Dedra, die haue ich noch einzelne Kiemen, da kann es aber sicher sein, obwohl du kein Fisch bist. Die haue ich einzelne, die binden. Jetzt aber richtig, Alter Scheisse, jetzt bist du dran. Aber so ist es dick. Hä? Hey, ich habe ihn angegriffen, ich habe ihn berührt und trotzdem, oh, dieses scheiss Spiel verarscht mich komplett. Von wegen, alle mit Uses treffen immer zuerst und so, ja, auch wenn ich es mache, natürlich nicht. Gut, jetzt hoffe ich habe noch soweit. Verdammt, Kacatamea. Ah Mann, wie ich das hasse. Alter Schwede Hey, ich hab abgeblockt mit R2 Hallo, Alter Na, mal sehen, was das drauf hat So Leute, war wieder mal etwas sehr leise, aber ich war voll in Konzentrationsphase Und da habt ihr's, wenn man sich konzentriert, kann man auch mal gewinnen Ab und zu